Wer kommt da? Volltest. Ich hole meine Kinder. Geralt, warte hier. Du könntest sie erschrecken. Ah, den Göttern sei Dank. Meine Gebete wurden erhört. Geh, Büssi. Das ist nicht mein Vater. Aber dein König, mein Junge. Glocken. Ihr Triumph ist vollkommen. Die Stadt und die Fürstung sind gefallen. Ihr solltet dem Urvater und der Mutterschöpferin für diesen großen Sieg danken. Warte, blinder Mann. Ich habe meine Kinder ein halbes Jahr nicht gesehen. Die Götter können ruhig noch etwas warten. Hört mir zu. Eure Mutter und ich haben uns gezankt, aber das ist vorbei. Sie wurde getäuscht. Böse Menschen haben sie gegen mich aufgebracht. Diese Menschen sind bestraft worden und jetzt wird alles wieder gut werden. Nicht weinen, Büssi. Eines Tages wirst du König sein. Und Könige weinen nicht. Es kommen bewaffnete Majestät. Kinder ins Refektorium. Meine Ritter sind gleich hier. Ihr sollt sie kennenlernen, denn einst werdet ihr sie befehligen. Büssi, wasch dein Gesicht. Man darf nicht sehen, dass du geweint hast. Im anderen Zimmer steht ein Wassereimer. Anais, hilf deinem Bruder. König, das Gebet. König, das Gebet. Sie sollen aussehen wie die Königskinder, die sie sind. Sie haben eure Augen, König. dares shrug die mitte. Ja, dieses Gebet. Sie haben Gerstans先生. affается reflexch. Sie haben die. Sie haben die Stadter stayed für L Kristi. Sie haben die in den Zettower. Sie haben die Stadter. Sie haben die Ärzte. Sie sind von断. Sie nehmen gerade die Stadter. Sie hacerlo. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Tja, mehr erfahre ich wohl nicht von dir. Heißt das, ich bin frei? Volltest. König von Temerien ist ermordet worden. Derzeit bist du der einzige Verdächtige. Ich soll im Loch verschimmeln, weil der Mörder klüger ist als du? Wie bitter. Du wirst schon nicht im Loch verschimmeln. Man wird dich aufhängen. Sag ihnen, dass sie das nicht tun dürfen. Ich habe keinerlei Einfluss auf das Urteil des Gerichts. Volltest hat viel von dir erzählt. Ohne ihn wäre ich heute ein Säufer oder Landstreicher. Volltest hat mehr für mich getan als mein Vater. Mein Vater hat gar nichts für mich getan. Hab ihn nie getroffen. Und daher werde ich erst ruhen, wenn der Mörder bestraft wurde. Worin besteht dein Dienst, Vernon? Ich führe Befehle aus, die andere nicht ausführen können. Wie steht es in Temerien? Der Regentenrat ist zusammengetreten, um Ordnung zu schaffen. Das bedeutet Dreierlei. Es herrscht Unbeschreibliches drunter und drüber, der Wein geht aus und die Huren verdienen sich goldene Nasen. Nimmt Triss an den Beratungen teil? Ja, aber sie wird nur erfahren, dass sie überflüssig ist. Woher weißt du das? Es ist mein Beruf, solche Dinge zu wissen. Sie wollen ein Königreich ohne Zauberin? Sie haben gerade ein Königreich ohne König und nutzen die Gelegenheit, um Triss loszuwerden. Wer wird regieren? Die primären Prätendenten sind Graf Maravelle und Baron Kimbold. Die beigen sich jetzt schon um die Burg Lavalette. Volltests beankerte gibt es auch noch. Und in deren Adern fließt königliches Blut. Sie haben mein Anrecht auf den Thron, nicht diese dahergelaufenen Adligen. Was ist, wenn jemand für mich birgt? Hast du einen Zeugen? Ich dachte an Triss. Tja, wenn sie nicht eine Gespielin wäre. Aber das ist ihr allgemein gut. Was ist mit ihr geschehen? Sie ist unversehrt. Soweit ich weiß, wurde sie zur Sitzung des Regentenrats gerufen. Du bist doch der Anführer der blauen Streifen, verdammt. Tu was. Der Mörder läuft frei durch die Gegend und mit jeder Stunde ist er schwieriger zu fassen. Die Geschichte vom Mördermönch überzeugt mich nicht. Ich sagte nicht, dass er ein Mönch war, sondern dass er einen Habit trug. Ich sah ihn in einem Boot mit einem Trupp Scoia-Tel wegfahren. Würdest du ihn wiedererkennen? Aber ja. Er ist der größte Fleischberg, den ich je gesehen habe. Was würdest du tun, wenn dir die Flucht gelänge? Ich würde mir gern den Königsmörder schnappen. Wo willst du ihn denn finden? Ein paar Scoia-Tel haben ihm bei der Flucht geholfen. Da fange ich an. Vielleicht kennst du dieses gewisse Elfen-Grüppchen sogar. Wie sollte ich? Sie trugen Masken mit blauen Streifen. Trophäen, nehme ich an. Jorwets, Leute. Wo ich die finde, weiß ich. Jetzt haben wir doch eine Spur. Nochmal von vorne. Und diesmal ganz ruhig. Gib mir was zu trinken. Nun, warum nicht? Wes! Bring was zu trinken. Warum eigentlich nicht gleich so? Selbst schuld, Geralt. Dein Schicksal liegt in deiner Hand. Danke. 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 Ich wusste nicht, dass auch Frauen in den Spezialverbänden dienen. Wes gehört zu meinen besten Leuten. Wo hat sie die blauen Streifen her? Ich habe sie aus den Fängen der Scoia-Tel befreit. Sie war 16, als sie ihr Dorf niederbrannten und die Einwohner abschlachteten. Der Anführer fand Gefallen an ihr. Darum lebt sie noch. Eins noch. Die Akte eines gewissen Geralt von Riva. Über Volltests Tod? Eher über Geralts Tod. Ein Bericht über Ereignisse vor fünf Jahren. Riva, eine Stadt mit 1.234 Einwohnern. 253 davon sind Anderlinge. Am 25. September 1268 gibt es ein Pogrom. Ein Massaker. In den Straßen fließt Blut von Elfen und Zwergen in Strömen. Eine einzige Person stellt sich dem rasenden Mob entgegen. 76 Anderlinge werden ermordet. Darunter auch der Hexer Geralt von Riva, der mit einer Mistgabel erstochen wird. Vom Mörder ist lediglich bekannt, dass er Rob heißt und drei Kronen Schulden in einem nahen Wirtshaus hat. Jennifer von Wengerberg stirbt, als sie den Hexer retten will. Die Leichen von Geralt und der Zauberin schafft eine junge Frau mit aschgrauem Haar weg. Es ist nicht bekannt, wo die beiden begraben sind. Ich erinnere mich. Riva. Jennifer. Was ist mit dir? Ich habe das gesehen. Ich habe meinen Tod gesehen. Dein Gedächtnis kehrt zurück? Ich erinnere mich nur daran. Nur an das Ende. Wes! Verhör beendet. Fessele ihn. Den Schlüssel. Morgen segeln wir los. Die Wache holt dich in fünf Minuten. Is. Kannst es brauchen. Die Wache holt dich in fünf Minuten. Noch gestern haben sie ihn als Helden auf Händen getragen. Kein Wunder. Ich war Zeuge, wie er im Handumdrehen an die 20 Recken erschlug. Im Schlachtgetümmel auf den Mauern. Pfiff sein Schwert so schnell. Ich konnte es kaum sehen. Als die Bestie kam, war ich sicher, dass sie ihn in Stücke reißt. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Morgen wird er ja gefährdet. Vielleicht sollten wir ihm selbst eine Lektion für Volltests Tod erteilen. An so einem Scheißhaufen macht man sich doch nur die Hände schmutzig. Wache! Komm doch mal her, guter Mann. Was soll das Geschrei? Willst du, dass wir dir das Maul stopfen? Wie lange wollt ihr mich hier festhalten? Sehnsucht nach dem Henker? Keine Bange. Morgen lernst du ihn kennen. Und wir sehen uns mit Vergnügen an, wie er dich häutet. Habt ihr den wahren Täter schon gefunden? Was, du warst es nicht? Hey, verdammt! Öffnet die Zelle! Der hier ist unschuldig! Hoffentlich bist du morgen bei der Exekution auch noch so ein Witzbold. Ich schneide keine Hälse auf. Ich bin kein Mörder. Erzähl keine Märchen. Sie haben dich auf frischer Tat ertappt. Es war überhaupt keiner dort. Morgen werden alle da sein, wenn nicht der Henker pillt. Ohne dieses Gitter würdest du die Klappe nicht so aufreißen. Ach, wollen wir doch mal sehen. Ich dresch dir das Gekröse aus dem Balk. Was auch? Stimmt, das war halt ein Faustkampf. Das Geile ist, der andere reagiert einfach nicht. Aber der ist weg. Warte, da gibt es aber so zu tun. Ah! Keine Knippel. Nicht schlecht. Gibt es hier noch was? Ähm... Mit den Werten habe ich ja schon. Kann ich mal interagieren? Ja. Ich verstehe es jetzt nicht ganz. So täuscht mich einfach nur die Minikarte. Verdammte Fackeln. Sie werden mich verraten. Okay, das ist mir so ein bisschen schleichen. Ich würde mal hier einfach nur in Abspeichung... Was war das? Was war das? Nieder mit den Rotanten! Okay, das war jetzt nicht zu ganz geplant. Lass mich in Ruhe. Bitte geh weg. Tu mir nichts an. Hat die was fangen lassen? Nein. Oh doch. Oh Gott. So kann ich noch was fahren lassen. Ah, vielleicht ist der Katze dran kaputt. Ich sehe, wo... Ich bin mal in den Katze dran. Ich denke... Jetzt sehen wir schon mal viel besser als um uns herum. Und wir können nochmal ein Talentbuch setzen. Ähm... Okay. Das... Das hört sich doch ganz gut an. Oh, da kann ich mir ein Motogen rein geben. Ah, verdammt, das haben wir ja abgenommen. Ihr seht, da oben sind schon mal Wärter. Ich soll doch der Blitz beim Scheußen treffen. Seit Wochen dasselbe Kanafraus. Na, was machst du jetzt? Na, jetzt kann ich mich wieder auf die Bühne einschleifen. Mit dem Beton. Ja.